Hallo meine lieben Freunde, willkommen wieder zurück zu Yu-Gi-Oh Adventskalender Unboxing. Heute ist der 2. Dezember, deswegen werde ich das zweite Türchen vom Adventskalender jetzt mal öffnen. Gut, also diesmal ist es sogar eine Zauberkarte, eine Blitz-Zauberkarte glänzt natürlich wieder schön. Diesmal in Super-Rare, das erkennt man daran, dass die Schrift ganz normal weiß ist und nicht glänzt, wie beim Kuribu den ich gestern gezogen habe. Den Effekt kann man hier lesen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal vorlesen, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe, sonst könnt ihr auch das Video einfach noch mal pausieren und euch den Effekt genauestens durchlesen. Ja, das war es dann auch schon wieder von dem Unboxing. Und wir sehen uns, wie geplant, morgen wieder. Ciao. Mal. Mal.